So, die Figur, die in der Anlassklasse M15 sind auf der Bahn. Der Jan, der Arter, der liebt in den Nürnberg. Und das ist der Sportführer Spotsdam, der Rest kommt aus dem Polen. Von Schaumburg schenkt die zu diesem Zweirand eine Ahmelsprüfung. Und das ist der Sportführer Spotsdam, der ist der Sportführer Spotsdam, der ist der Sportführer Spotsdam. So, die zweite Runde ist der Sportführer Spotsdam. Spotsdam, der ist der Sportführer Spotsdam. Von Jan Kierowski, von Karolina Schornkopf. So, jetzt wird es deutlich schneller. Jetzt werden wir mal sehen, ob der Mann hat jetzt schnell eine Reservatmitteilung zu können. Mit den beiden politischen Sportfolgen, denn jetzt ist an der Spitze die 650-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr-Jahr. Und in seinem Rücken einer von den beiden Sportpartnern von Karls-Armels Rüffino. Also der hat schnell hoch in der Hand, auf den Boden. Und der Polen hat keine Chance mehr. Zwei, drei, 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 Vielen Dank.